Mobbing? Sollte das jemals in der Karls Klinik vorkommen, dann wird das Konsequenzen haben. Mobbing, Mobbing. Heutzutage ist es ja schon Mobbing, wenn man sich mal völlig zu Recht über einen Kollegen beschwert. Ja, ich das schon höre. Mobbing. Ich mobbe hier niemanden, habe ich gar nicht nötig. Ich bin so mit der Pool. Und wenn einer mobbt, dann lasse ich ihn vermöchtlich entsorgen. Wir müssen eh Stellen streichen, deshalb würde ich jeden Mobber sofort ohne Wenn und Aber feuern. Also feuern lassen. Ja, ich wurde gemobbt. Als Aiwähler. Sogar die Schwestern haben mir gezeigt, dass sie mich nicht ernst nehmen. Aber seit ich hier vollwertiger Arzt bin, begegnen mir genau diese Personen voller Ehrfurcht. Wenn mich mal einer mobbt, dann können wir uns hier mal auf den Parkplatz treffen. Dann können wir ja dann mal reden miteinander. Ja, und dann lässt sich so ein Mobbing-Opfer wochenlang krankschreiben und dann haben wir den Salat. Als ich das letzte Mal krankgeschrieben war, hatte ich Magen-Darm. Was hat das mit Mobben zu tun, wenn ich einfach nur meinen Weg gehe? Also sollte es hier Mobber geben, werde ich das unter keinen Umständen dulden. Ich brauche halt nur einen Namen. Lewandowski. Doktor Lewandowski. Der hat versucht, mich zu erpressen. Versucht. Also ich bin wirklich froh, dass wir hier keine Probleme damit haben.